ah in das kinder was kaufen wir anstieg du bist 18 freigeschaltet ich muss ja noch den battle pass kaufen müssen wir halt in wenkarten müssen wir halt in wenkarten bisschen unsere waffen levelen das wird sie machen im shop haben wir auch so eine lustige minecraft waffe die da drin die mehr griff vergrößert vordergriff wissen ob das gut ist weiß ich nicht erstmal schönen guten morgen ihr lieben schön dass ihr da seid wir müssen halt ruhigerweise wenger zocken leute was willst du tun ein bisschen runter und käme ein bisschen nach da da freunde so was willst du machen müssen wir halt durch sieben tage lang der band der dritte grüß die pudimudi alexander guten morgen dann gucken wir erstmal jetzt waffen ich bin ich komplett raus wenn ich eigentlich komplett raus erste klasse machen wir uns das sind ja alles andere klassen windend dessen müssen wir overkin nehmen dann nehmen wir hier was ist denn das ausreichend und drückt gezielt dann kommt sie sich markiert das spielt man denn hier wahrscheinlich alarmiert oder was und eiltempo so dann machen wir jetzt hier mal die neue waffe rein das neue stormgewehr und leveln die so lange ein bisschen das ist ja das ding hier haben wir sogar schon ein ding durch den ok krass ändern können wir da eh noch nix das können wir schon mal so spielen wie es ist bin ich mal gespannt wie gut das ding ist oder nicht gibt es ansonsten noch eine neue mp die hier die müssen wir noch freischalten battle pass auf stufe ach so auf stufe 31 schalten wir das ding frei guten morgen ihr lieben matthias, jamie, daniel nein schellobahn ist nicht weg für wengard geht es noch glaube ich zumindest für wengard geht es noch schnuckel schönen guten morgen schön dass ihr da seid ihr lieben abgebracht schönen guten morgen ihr lieben mäuse ein mp ist das nehmen wir uns da jetzt einfach rein hm macht ja die scheiße die gas wir uns da rein nehmen die marco rein gibt es gar kein 64 schuss mehr im mech ist das noch ein 60 schuss mech oder was ok wir wollen einfach nur ein bisschen waffen level wenn ich schon in warzone keine waffen leveln kann dann muss ich halt in wengard die waffen leveln bis ich wieder warzone spielen kann freunde das spielt ja nicht anders so dann spielen wir jetzt mal das neue stormgewehr wir machen free for all und gucken ob wir das spiel finden wir machen so keine blöde frage alles gut schnucki bei den lauf wecken sonst habe ich nur einzeln schuss gibt es bestimmt auch anderen lauf oder hier euer kraft qualifikation an der torbine ermöglicht eine höchste von energie ach was ist das denn jetzt ist das halo oder was wir gucken einfach mal wir gucken uns das ganze einfach mal an leute haben wir noch so einen komischen token zum waffen leveln dann kann ich mir die token reinklatschen gibt es hier auch hier token 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 doppelte ep token doppelte waffen ep token und doppelte battle pass ep token hoffentlich geht da wenigstens viel vor ort bin schon bei 70 pingen bei 70er ping gestern eine runde spielen könnte wenn gold wenn es jetzt wieder nicht geht dann füge ich mich gleich selber da geht schon mal nicht x1 hat nur 1 für die ist keine richtige staulung wäre danke dominik für die info mein lieber und ich bin nicht frei nein nein leute ich bin nicht frei da geht 7 bis 7 tage bis 14 7 bis 14 tage der band das ist einfach nur vengard jetzt hier leute das ist kein warzone ich hoffe dass das hier wenigstens funktioniert ich hätte gestern eine runde viel vor ort spielen können muss auch noch mal gucken dass ich das irgendwie anpasse weil gestern auch ähm die Applikation komplett scheiße war oder Diplikator zoomen muss ich mal auf einstellen habe ich ja überall so hier ungefähr gehabt wie in warzone gm guten morgen lieschen marse es ist nur wengard leute es ist kein ich bin immer noch ganz normal gesperrt wenn es jetzt überhaupt funktioniert es kann aber auch einfach sein dass ich jetzt hier wir machen mal lobby verlassen was mache ich denn da gerade einfach nur ein bisschen mehr spiele auswählen müssen immer tdm noch rein abschluss bestätigt rein und ach stellung noch rein so und jetzt attacke vielleicht geht es jetzt schneller ok dankeschön marse für die info bro dennis guten morgen das war das so gewand warum das weil die leute mich so oft gemeldet haben als cheater digger jetzt wird das überprüft 7 bis 14 tage und dann kann ich hoffentlich wieder spielen ansonsten muss ich gucken dass ich meine rechtsschutz da irgendwie über anwalt weil das geht gar nicht alter wenn die da überhaupt was machen können dass ja nun im ausland alles stattfindet ich muss jetzt noch kurz wieder mein staubding hier nehmen weil ich schon wieder staub überall habe das ist auch das beste was wir machen können das ging aber schon über zwei monate viel staub auf tastatur das könnte aber auch nicht guck mal wie es aussieht schon ist überall staub drinnen ich habe von mir noch fünf neue bestellt die sind gerade bei amazon im angebot normalerweise kostet ein so ein ding zwölf euro und das hält aber echt lange leute muss ich sagen haben wir jetzt irgendwann mal es gefunden endlich oder was jo wir haben es gefunden es geht los ich muss ja irgendwo wenigstens den verwurten battle pass level damit ich wenn war dann wieder geht mit den anderen die alle mit erhalten kann du und jetzt kann man schön über das mauspad auch den staub entfernen es geht schon direkt los leute es geht schon direkt los bro jo 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 oh ok granate alles klar ja moin wir haben ein mikrofon ab machen wir mal so dann muss ich auch mal ganz kurz den performance modus hier einstellen zack mal gucken hier mal die empfindlichkeit ist ja viel zu langsam einstellungen maus so holen ja ich hole man das ist jetzt ein bisschen komisch empfindlichkeit muss ich mich erst mal für anpassen ich muss so komisch ist neu gestorben muss ich mal sagen hätte man scheint nicht drop shotten so einfach mann mal rein hier was man einmal auf dem schenken wie wir tot die 1 was den zweiten lauf drauf der folge ist okay danke dafür braun jetzt mal frei spiel den shit brütt man kann doch nicht junge ist schon mal von rechts aus dem maul dicker mein gott dicker ich brauche gleich wieder aus heute den lauf raus bei der waffe nicht nachher machen nach der runde hey dicker ne brudi mein gott muss ich gerade locker bleiben ihr kennt mich deswegen habe ich nie wenn man gespielt bis jetzt deswegen habe ich nie wenn man gespielt bis jetzt geht schon wieder gut los scheiß gammler wichser alter wie viel sterbe ich denn bro das ist hier eine reine cheaterlobby jetzt hier oder was der ist doch nicht ganz safe gewesen oder bro bin ich in der cheaterlobby wegen meinem bann oder was ich glaube ich werde keine chance hier digga ich habe keine chance leute kann ich den lauf nicht auch noch verändern digga ich kann ja noch verändern digga siehst du mal lauf rausnehmen okay so habe ich jetzt aha jetzt habe ich voll automatisch danke für die info bro das ist doch sexy das ist doch sexy bro aber das ist doch schon mal sexy wie aus wie halo digga das sturmgebirge das passt überhaupt nicht dazu feuerrad ist natürlich übeltschnell digga da ist ja auch wie schnellfeuer drin die gammeln aber auch nur rum wie die behindertenwitzer oder ist dann hier grüße ich ach was wenn ich drauf bleibe auf dem stick da wusste ich gar nicht brauche ehrlich hätte ja und ist wollen schon egal wohin oder was denn ich bin ja mal ein gewöhn jetzt hier alles ja die spiele natürlich jetzt alle die übelsten waffen der und ich weiß noch das neue sturmgebirge ein bisschen leveln haben wo die erde vor jungen es meldet sich aber auch keiner zurück alter die meiste kopfschüsse alex mit level 6 digga ist doch hier eine cheater lobby bestimmt zehn kopfschüsse bro mit level 6 er hat doch gerade mal das ist ein neuer account komplett neuer account er ist jetzt in der runde wahrscheinlich level 6 geworden von level 0 an von level 1 an das ist doch hier eine cheater lobby bestimmt digga wo ich gebannt wurde kriege ich ja bestimmt so eine fotzen lobbies nur rein ich weiß er sagt jetzt bestimmt alles ein neues hielen draußen ja ja ist mir klar aber der war kein prestige leute kann ich schon etwas anderes krasses verändern was da vielleicht weg muss von der waffe ist denn das überhaupt alles ladekapazität und das ding müssten wir wahrscheinlich drauf machen oder den ersten den sogar drauf machen den kriegen wir level 4 mit dem scope bin ich echt zufrieden die mehrgriff lassen wir auch drauf moin marcus grüße basti jungen ich hoffe ich dass sieben tage der band bloß geht sieben tage bloß alter welcher ist der dritte tag oder zweite tag wo ich im band und das ist jetzt hier für eine schnee mehr oder nein die fangen ja alle bei null an das ist mir klar florian wissen nicht ob du das so lustig findest aber die fangen doch nicht bei prestige null an du saumeyer dicker die fangen doch nicht bei prestig alles klar die fangen doch nicht bei prestige null an dicker ein blase soll ich dich mal über huckepack nehmen oder was ja wie schnell stirbt das ist doch hier in den cheater lobbies alles nur oder was was ist denn da los wie krank sind die alle junge mit einer ppsh mit einer ppsh auf dem kopf drauf aus der entfernung wo ich mit einem sturmgeweck nicht ein scheiß hittchen oder was und da können wir ja nicht noch mal schon mal gesagt ich kenne mich nicht und ich fühle mich nicht die ganzen gegner hier auf den fliehen ich den ppsh aus der entfernung weg geholt bro ist doch irgendwann nicht richtig ich glaube ich ich weiß nicht wie schnell ist man denn hier tot man okay ist das hier hardcore modus oder was das waren drei schüsse auf dem oberkörper bro ich mach gleich wieder aus dem spiel unseren scheiß metro exodus weiter kannst du glauben junge ich glaube ich werde beobachten ich bin festgenagelt ich kann nicht die bastarde haben mich festgenagelt das ist der hardcore modus hier oder wenn ich jetzt den lauf eigentlich verändern jetzt den ersten lauf wieder drauf mache ich kann nicht was war das äh hä keine ahnung das ist echt nicht meins ich hab mir nie gezockt bro ich hab mir einfach nie gespielt Ticker ich glaube ich werde beobachtet ach nein ist ja auch ne kunst für sich Alter, von hinten, von vorne Werde ich irre? Das stimmt, Brudi Ich hab auch kein Hardcore, Digga, ich hab keinen Hardcore-Anleger Das ist kein Hardcore-Modus anscheinend Das ist anscheinend so Das ist anscheinend so bei dem Spiel, ich weiß es nicht, aber das ist kein Hardcore-Modus Juvio, grüß dich Level 1 war der eh wieder, oder wat? Oh Gott, Nachte, Bro Ja, wenn ich 2 auf mich schieße, dann mach ich nix, Alter Das ist krass, ich weiß, Digga, das fühlt sich an wie Hardcore-Sawa-Nicht Ey, wollen wir mal Hardcore-Anmachen nachher nach der Runde? Was ist denn da los? Halber Schuss weg, oder was denn? Digga, die gammeln da ganz hinten am Spawn, Digga, Mann Fick mich fett, Junge Die Mahlzeit, Martin Ich weiß, dass das kein Hardcore ist Ich sag, das fühlt sich an wie Hardcore Weil die so schnell umkippen, das war ja noch nicht so schnell Guck dir das doch mal an, Digga Guck dir das doch mal an Ist das Level 1, oder der Typ? Wie schnell ist man denn tot? Ich kann ihre Blicke auf mir spüren Unnormal, Alter Unnormal, Digga, ich hab was angerempelt, ja Wenn sie war hier spielen Ich glaube, ich werde beobachtet Feindlicher Aufklärer in der Luft Spioner im Himmel Achtung, Granate Jo, das neue Sturm ist jetzt richtig geil Fühl dich Hardcore, Alter Fühl dich richtig, Junge Was willst du denn sonst machen? Wenn ich nichts anderes zocken kann, muss ich den Scheiß hier spüren Das ist doch ein Ranglistenmodus, Digga Ich weiß nicht, wie der ist Ich werde einfach schon mal in den Ranglistenmodus gezockt Ich bin jetzt hinter uns wieder, oder was? Alles klar Äh? Der Feind hat eine Gleitbombe geschickt Gleitbombe wirft sich nicht gut an, Alter Leck mich doch am Arsch Bonte in Peru, Chrissy Apex muss ich mir nochmal neu runterladen Da hab ich auch ein Band kassiert, damals Da hab ich auch ein Band kassiert, Digga Haben die mich als Cheater gemeldet Bin ich direkt gebannt worden Hab ich dreimal Widerspruch eingelegt Das hat die nicht interessiert Jooooooo Ist doch cool, Digga Mit dem Storbengewer brauche ich doch nicht reinlaufen Ich will einfach nur ein bisschen die Waffe schon mal levelen Diese Blick auf mich spüren Digga, der Sniper kriegt doch jeden Schiss, oder was? Ja, also, ne, Bruder Ist das hardcore das Game, Digga Versuchen und zerstören, ne, dann macht man nicht so viele Kills, Digga Ich will die Waffen, die gehen einfach nur ums Leveln ein bisschen Werfe Betäubungsgranate Ja, ja, mega Oh, du Scheiße, du Scheiße Oh, du Scheiße, du Scheiße Du stehst in deinem Spohn wie kleine Pusschen, lol Loks Wow Was ein interessanter Game Shut up! Das hat mein Mikrofon nicht mehr an, glaube ich, in dem Scheiß-Game, Junge Ich will deine Spohnen, aber ich will keine Handlaufen, ja, genau, ich will meine Kraft Es ist nur die Hände, aber ich will jetzt ein bisschen verschenkel, ich will die Kärchen-Game, wenn du keine Kärchen-Game, oder die rien-Videos-Game, der велas-Game, der Kärchen-Game, der Kärchen-Game, und der Kärchen-Game-Game, das hat man dann die GUY-Videos-Game. mir auch selbst einen punkt geben ich da bei der dankeschön kfc das kotzt mich einfach an wegen grad ist eigentlich absoluter ficken modus jungen levelt man noch viel langsamer wie ein varson oder was guten verstärker ich glaube das ding muss ich drauf machen effektive reichweite aber weniger versuchen wir einfach mal das ja auch einschüssen oder wird da alles für kranke scheiße feuerrate dem brauchen wir den letzten lauf ein 50 meiner habe ich auch folge level die gab der letzten schon gezockte dort damals schon den bach bekommen gehabt und so ein skin der rechte passt doch gar nicht da rein dicker jetzt hat er gar nicht rein die wiener ostiger und tschüss bro ja im abcampen mit den nutten ja mit dem strom geht es hier rum zu moven wie so ein wichser in so einer map ich glaube mich dass das auch so so viel bringt leute steht da die gamel noch nur rum man hat es ein kind man der steht immer noch da oben junge also ich mach gleich wieder aus ich mach gleich wieder aus dieses scheiß game hinter mir nicht wahr ich kipp da hier um wie im hardcore modus ich kipp um wie im hardcore modus digga ich glaube ich spiele nach dem hardcore modus diggi erinnert ja eh nix der v ist halt nicht grad die schnellste bei der waffe hinter mir kommen sie hinter mir schon könnte ich machen ich muss mich einstellen und gleich mal gucken digga shipment oder was jetzt hier rowski habe ich denn meine kills trotzdem oder wie ist das da da hinten kundlich erinnerung ich habe was nähe raus raus so wo ist denn das hier das ist das oder was das hier die shipment rotze oder das hier oder was für paus ein richtig abticken hier gleich alter mp so wie habt ihr alles schon freigeschalten oder war der schwitzer kriechen die scheiße dahinten 31 oder so wird das überhaupt kein zu stellen schütten ich bin ich gar nicht dass das geht leute machen wir jetzt die runde trotzdem noch schnell stoppen gehört echt scheiße digga eine freutige hat aber eine präzision ist ja übel präzision 1.000 der will 1.000 junge hat trotzdem krieg da kein krimmitte da der was für eine schwache vorstellung leute hinter mir Die campen doch nur, Mann. Ich halte das keine 10 Minuten durch. Dann krieg ich den kompletten Hals gleich. Ey, was ist denn das? Das ist eine Waffe, das Sturmgewehr, dicker Mann. Keiß Blue-Waffe, dicker, Alter. Da draußen läuft ein feindlicher Hund heraus. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Hund stuckt mehr als mein... Oh, Bro, Alter. Oh, voll veräumtiger. Eine Haftbombe kriege ich in die Brille sind. Na klar, wer kennt es nicht? Ich sehe da keinen, ich sehe da keinen. Unsichtbarkeitsmodus oder was ist jetzt hier am Start? Geil, danke, hat Bock gemacht, die Runde und Tschüss, Alter. Und Tschüss. Sie sollen wenigstens zu beantworten, davon, ich gewischen die Kackaffen, Alter. Boah, macht mich so brutal, Alter. Ich krieg mich so brutal ab hier gerade. Mhm. Ja, voll schön, da freu ich mich. Moin, Harry, mein Lieber, grüß dich. Erik und Mogen. Sven, Servus, mein Lieber, grüße. Ja, oder wollen wir denn lieber doch vielleicht hier unser Metro Exodus weiterzocken? Ich weiß doch auch nicht, Leute. Aber eigentlich wollte ich hier noch euren Pission Gun freischalten. Hardcore gibt's ja, habt ihr gesagt. Hardcore. Muss ich da generell? Ach, hier, Hardcore. Einfach bloß ein Battle Pass leveln, Digga. Wir müssen aber jetzt hier, der Punkt. Ich rastet euch gleich voll weg, Alter. Obgleich rastet hier einer richtig aus. ZV ist, glaube ich, gerade wichtiger. Battle Pass, welchen Level sind wir da überhaupt? Äh, Battle Pass, die neue MP gibt's. Level 31. Ist das schon die neue MP oder was? Aber was ist das, Chili, ne? Kann eigentlich nicht sein, oder? Oder doch? Was denn das jetzt, Alter? Den Griff auf die Frise aus. Du siehst hier, okay, krass, das sieht gut aus, Alter. Herrschaft. Herrschaft? Okay. Das ist aber jetzt kein Hardcore, oder? Das ist doch kein Hardcore-Modus hier schon wieder. Ist doch kein Hardcore schon wieder. Ich hab da aber Hardcore geklickt. Was soll ich denn machen, Leute? Wir müssen trotzdem die scheiß Runde zu Ende. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Mahlzeit, Ahmet, mein Lieber. Grüß dich, Schnuckelhase. Vielen Dank für deine Sterne, Brody. Vielen, vielen Dank. Ja, ich konnte den nicht aktiv. Ich hab doch gerade eben gesagt, ich konnte nicht auf den gelben Punkt klicken, Leute. Ich konnte nicht draufklicken, am Moody's. Die Map schätzt, die Map taugt mir irgendwie. Dankeschön, Alex, wenn ich den Zappschnucki putzi. Oh, Bro. Oh, Bro, 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 Bro. Platte drin. Richtig ein bisschen Amin-Varsam, wenn die Platte drin ist, Bro. Wollen wir mal Wurfmesser über die Map, vielleicht Treffschein. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Verbündete Gleisbombe, ein Mannzug. Aufstehung, Schnuppert gereikt. Die können sich nicht mehr verstecken. Tables sind abgeriegelt. Fünf Ziele ausgeschaltet. Verbündete schicken eine Gleisbombe. Verbündete Wachhund ist unterwegs. Oh no, 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 no. Dankeschön, Noah, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank, mein Schnuckelhase. Oh, ist das mein Hund, Alter. Was ist denn das? Oh, die kämpfen ja alle um die Spastnis, Alter. Digga, da kann ich nicht langlaufen. Die kämpfen wie eine Bitch, Digga. Mein Hund macht gute Kills, anscheinend, Digga. Was macht er da, Bro? Bisschen Kühl nicht mal gekriegt, oder was gerade? Ah, alles klar, Digga. Ich war nicht mal eine Ansage. Witzchen, dann machen wir die alle nur Campen, Digga. Da kommt keiner raus aus dem Sporn, Digga. Hinten rummoven versuchen. Irgendwie über hinten müssen wir ran. Digga, ich seh auch nichts, Digga. Ich seh auch nichts. Vielleicht einen Scope mal drauf machen. Bei der verhurten Pisswaffe hier. Ey, wie stelle ich denn tot? Mein Gott, du. Und du. Was machen die denn mit uns im Team? Die Campen genauso eklig. Wie hat das angegattet? Du kriegst doch nur ein... Digga, das ist doch nicht normal. Ist doch unnormal, Alter, wie schnell man down ist. Unnormal. Mich aggressiv. Leitbomba-Unterstützung im Anflug. Ach, komm noch, Mann. Ja, die Waffe ist einfach nicht stark genug, Digga, dass ich da so viele Filze da mitmachen kann. Ja, oh, der hat diese Kühlzeiten mit den Gleitbomber gekriegt, grad, Bro. Ja, guck dir das doch an, der andere hat da unten drinne, Alter. Leck mich doch am Arsch. Das sieht so aus, Ron. Wenigstens ein paar Waffen in der Hand am Mutti. Nichtsens was. Digga, die Waffe macht doch null Damage oder was? Ich hör die Hits, ich hör die Hits, ich hör die Hits die ganze Zeit, aber es passiert nix. Oh, Bro, was mach ich denn da? Oh, Bro. Digga, ich bin noch drauf, Bro. Level 1er wieder. Level 1er, Digga. Oh, hast du einen Sackhaar oder was, Digga, Mann? Das guck ich mir jetzt an, Digga, Alter. Level 1er ist das wieder, Level 1er. Ich glaub, ich komm nur so einen komischen Cheater mit drinne, weil ich einen Bann habe. Ich glaub, deswegen komm ich auch so einen komischen Lobbies gerade, Alter. Achtung, Granate! Kommt doch! Lege Panzer hoch an! Kaffee, rennt ihn! Ich bin festgenagelt! Kaffee, reinziehen, feindliche Koffer! Ich bin festgenagelt! Können wir nicht mal genauso eklig abgammeln wie die Wichser. Ich glaube, ich werde beobachtet. Granate, Granate! Ich seh die Typen nicht da hinten, Alter. Dankeschön, guten Morgen! Guten Morgen! Gern! Digga! Man! Man! Anyways, Digga, na klar! Woher weiß er das? Woher weiß er das, bitte? Woher weiß er das denn, Bro? Hier müssen wir heute so Ja, ja, Digga, das ist doch schon Digga, wie... Ey, Alter, komm Ja, Mr. Hardcore-Fötze, Digi, ist doch gut, Bro Einfach nur das scheiß Neue, wir haben hier ein bisschen leveln Ist aber hier nicht drin Ja, Digga, wie... Digga, wie viele Schüsse kriegt er auf sein Head drauf und stirbt nicht, der Dude Gut, guten Morgen, Muni Andi, Grüße Ach, das ist schon wieder der Cheater, ist das hier schon wieder bestimmt Digga, was... Digga, er kriegt mir zwei Schüsse und das war nicht mein Headshot, Bro Ey, warum sterben die denn mit der Waffe nicht, Digga, Mann? Gib mir zwei Schüsse und ich kann manchen Magazin drauf und so, der kippt, na jo, Mann Jawohl, jawohl, dann... Ob ich jetzt Hardcore aktivieren kann, Freunde Ja, brauche ich auf jeden Fall Hardcore-Hardcore-Geduld, Junge Aber wenn du 41 killst mit der Waffe und ein bisschen gelabelt haben, das Drexteil Ich hab nichts gehört, Digga, du wirst doch nichts hören, Digga Du wirst doch auch nichts hören, ich krieg ja nicht meine E-Mail, Digga, du kriegst ja nicht meine Information, dass du einen Bann hast von den Nutten Mind-Teacher... ...lebende Anerkennung Da, Bruder Ist ja gut, ist ja gut Aber hallo, Markus Meinst du, Thomas, oder was, Noah, was meinste? probieren vielleicht ist die salboni so schlecht lobby verlassen haben wir noch gar nichts freigeschalten hau geschwindigkeit dann wollen wir mal hier die thompson reinhauen moin moin florian tobi ganz gut wie geht es dir ich werde ich mich spielmann da versuchen wir erstmal so Ah, nee, 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 brother. Ist da hinten nicht noch ein Schaft, den ich da drauf machen kann? Danke. Bewegungstempo minus zwei ist doch scheiße. Ach, geil, egal, wir wurden jetzt einfach so... Battle Pass Level sind mal 2. 19. Was ist denn das? So, noch mal die neue Waffe, oder was? Ähm, ich hab doch hier aber geklickt gehabt. Nein. Hier drauf, Hotcore. Ich hab das da aktiviert gehabt, ich kann das doch nicht... Wissen, wie ich meine? Ich kann nichts aktivieren da. Kann ich nicht aktivieren. Standard Hotcore. Siehst du, ich hab jetzt nur... Hardcore drinne. Das ist nur Hardcore drinne. Jetzt ist aber wieder alles aktiviert. Das versteh ich nicht, Digga. Ich kann da oben keinen Haken setzen. Seh ich nicht, warum kann ich da oben keinen Haken setzen, Leute? Super People ist dasselbe wie Warzone überhaupt gar nicht, Digga. Hat überhaupt nichts mit Warzone zu tun, Bro. Super People ist genau dasselbe wie PUBG und PUBG und Warzone haben überhaupt nichts miteinander am Hut. Außer dass es ein Bitter Royale ist, aber mehr nicht. Ganz anderer Engine, ganz anderer Grafik, ganz anderes Game, Alter. Schnuckelhase. Ich fühl's dir meinen, Erik hat überhaupt nichts damit zu tun, Brudi. Ja, Florian, dankeschön. Vielen, vielen Dank, Brudichin. Ja, Tastendrücken bei Hotcore. Achso, so switcht man die Modis, oder was? Was ist denn das? Blitz? Was meinen die mit Blitz, Digga? Hä? Was ist damit jetzt gemeint? Alle? Das Kampfdemo liegt an der Zeit, Tempo für kalkulierte spannende Gefechte. Wieder das Blitztempo für chaotische Gefechte mit vielen Zielen. Was soll ich jetzt hier machen, Digga? Dankeschön, Daniel, Brudi. Da ist, äh, groß im Map. Wiegt man da so? Wir machen einfach, wir testen das jetzt einfach mal. Ist egal. Wir testen das einfach mal, Mudis. Mensch, ich gucke jedes Mal, wenn ich in der Hoffnung, dass ich von den Dullis dann mal eine E-Mail gekriegt hab. Aber es ist nicht so. Die schreiben mir nicht zurück, Digga. Ich könnte so heulen. Ich könnte so heulen, Mudi. Immer noch eine Prüfung bei Activision, oder was? Ich gucke nochmal nebenbei drauf, ob Activision sich irgendwas da erledigt hat, oder irgendwas Neues gekommen ist bei Activision, aber wenn ich da auf meinen Account klicke. Jetzt muss ich in den Autos, ach, den scheiß Colter eingeben. Nimm grün, achso. Na, ich hab bitte, doch, Digga. Also muss ich nix ohne grün nehmen. 7V7 Blitztempo, Junge. Ich muss so pinkeln gerade. Ich muss blitzpinkeln, Junge. Das ist nix für ein Street Outdoor, Alter. Da hab ich schon Dings genommen. Hardcore Team Deathmatch. Eliminiert alle Feinde. Hm? Alles klar, Bro. Alles klar, macht Bock, macht Bock, macht Bock. Richtig sexy, das Game. Dicke, ist okay. Ist okay, Bro. Man, lad doch die Waffe nach, Junge. Yo, ist das geil. Oh, ist das glücklich, Junge. Leck mich doch am Arsch, Junge. Guck mal, eine Mitspieler, Alter. Ist das Minuspunkte, oder wat? Ist doch keiner hier was. Da wisst doch hier nicht, wer hier wer ist, Leute. Wisst doch hier keiner, wer hier wer ist, Leute. Sind die alle raus, oder sind die alle mittendrin? Jo, okay. Macht richtig Bock. Fühl ich mal absolutes Game. Stopp doch bei mir nicht, Digga. Aber ich hätte die bloß an, und da passiert nix, oder wat? Ich glaube, ich werde beobachtet. Feindliche Kriegsmaschine. Jawoll. Schön da hinten, Kempten, du kleiner Nuttensohn. Komm, Papi kommt. Das ist meiner. Oh, das war wieder meiner. Oh, das war wieder meiner. Oh, shit, das fühlt sich richtig gut an das Game. Jawoll, grüß dich, guten Morgen. Ich denke, wie lange ich das noch durchhalte hier. Nein. Vorsicht, Haftbombe. Vorsicht, Betäubung. Komm, fliegt nicht um. Ich f*** mich gleich selber und ausstecken zu glauben, Junge. Feindlich. Da spiel ich lieber keinen Hardcore, glaube ich. Nein. Ich f*** mich gleich selber und ausstecken zu glauben, Junge. Nein. Nein. Ich f*** mich mit ihrem Scheiß Hardcore oder was? Ich f*** mich mit ihrem Verhurt. Nein, ich f*** mich mit ihrem Verhurt. Ich f*** mich mit ihrem Verhurt. Dann leck mich doch am Arsch, Junge. Macht schon Laune auf dem Meer. Ihr lauft doch nicht vor der Linse. Nein. Nein. Das ist das Geil, das Game. Raus, Alter. Raus, raus. 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 Schnauze, wenn die Ladung geht auch an. Map ist kacke. Map ist halt das Verhurt. Fotzen-Game ist einfach nur kacke, Digga. Junge, drehe ich gleich durch, Junge. Da kannst du glauben, Junge. Ich bin nicht mehr viel mehr, ich werde hier reißen. Ja, richtig cool ist das, Digga. Richtig cool ist das Ding. Du fühlst es anscheinendlich nicht, Bro. Ich kann es nicht, Alter. Ich kann es nicht. Ich krieg's nicht in, Digga. Ich krieg's bei wenigstens ne Macke, krieg ich ja noch. Oh, ich muss pissen, Alter. Das war schon immer ein Rage-Modus-Sticker für das Team. Das war schon immer ein Rage. Das war schon immer ein Rage. Das läuft schon immer noch einen schönen Corn-Through-Kaffee hier machen. Ja, die Map ist natürlich besser oder was? Ja, die Map ist besser. Ich mach gleich wieder aus. Könnt ihr mir so am Arsch lecken, dieses teißverhurte Game. Ich schiebe einfach jetzt nur drauf. Hm, hm, ja, ja, ja. Okay, kein Hardcore mehr. Gibt mich am Arsch leck mit dem scheiß Hardcore-Modus, Alter, gerade. Hier eher normal wieder. Ich möchte hier das wechseln. Danke. Und dann... ...spielen wir Herrschaft. Ich lebe mal da die Waffe, Digga. Ich bin nicht beschissen, Alter. Natürlich ist der Multiplayer übelst Schrott, Digga. Was soll ich denn sonst zocken, Digga? Das ist einfach alles scheiße hier gerade. Ja, Mirko, kannst du hier den Dings zocken, Alter, Digga. Das kannst du voll lesen. Fabian, grüß dich, mein Guter. Ich brauch da einfach noch ein bisschen Battle Pass scheiße hier, Alter. Ich glaub, die sitzen nicht hier zurück wieder, oder? Ich kriege ja Minuspunkte oder was? Das tut richtig weh, Leute. Das tut richtig weh. Das Kontrolle ist geil. Das ist eine Kontrolle noch. Meine Güte, Brudi. Kontrolle noch mit reinnehmen. Moin, moin, Richard. Ach, Leute, nee. Ich bin nicht außer Kontrolle. Ghost Girl. Ich hätte, glaub ich, keine vier Stunden heute Vormittag ausleitet, das Game. Ah, nee, das tut schon weh. Probe ich mir die Waffe wahrscheinlich nicht, weil so gut ist sie nicht. Minecraft, bringe ich hier Minecraft mit rein, oder? Das ist doch ein Pixel-Scheiß. Ja, kein Call of Duty mehr. Das ist doch schon wieder Halo oder so. Ja, was. Das ist jemand nur limitierte Wiederbelebung. Okay, das ist aber nicht gut zum Waffenlevel, wenn einer tot ist, dann muss ich zugucken, oder was? Nee, nee. In Hardcore-Modus, Digga, da steige ich höchstens schneller aus, wenn sie glauben. Da rast ich nur aus. Dankeschön, Mirko, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Bro. Ich spiele alle Ast. Ich spiele das neue Sturm. Wir spielen keiner großartig. Nee, warum tue ich mir das eigentlich an? Haltet das Zielobjekt. Es wird Zeitzug glänzen. Charlie wird abgeregelt. Jetzt kommt hinter mir einer. Ey, wie schnell bin ich tot, Bro? Das sind doch alles nur noch Geeks. Guck dir doch mal die Lobbys an, Bro, ohne Scheiß. Ich muss schon mal ja nicht rumlaufen hier. Ist das wieder Hardcore noch, oder was? Wie schnell bin ich denn hier down? Guck dir das doch mal an, Digga. Willst du mich ficken, oder was? Hey, der kippt sich um! Wir verlieren Ziel, Baker. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Ich spüre mich hier aus, Digga. Ich spüre mich hier aus. Ich, irgendwie ne Fatsse gerade, Alter. Ne Problemu. Digga, ich fick mich fett gleich, Alter, ohne Kack, Junge. Na, ist hier lang, Digga Gibt's gar nicht lang Dankeschön, Michael, mein Lieber Geht's gar nicht lang, Digga Was ist denn das für ein Sackgasse hier? Können wir das drücken, oder was? Ja, stirbt nicht, der Irak-Shooter Oh, Zucker Ja, mein Mann in der Schuhe, der hat nicht gebläht Ich hab ne Drohne Ach, geht nicht Einfach nur die neue MP spielen Was, dies? Daddy, er steht Daddy Er heißt Daddy und steht an der Ecke und kämpft Daddy Daddy, hier ist Mami 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 Oh, er kämpft wieder Oh nee, alter, nee, Brody, das tut mir so weh Ich kann das nicht mehr Da ist der hässliche Daddy immer noch in der selben Ecke Dein Vater, Junge Dein Vater kommt wieder, Junge Sie nehmen Abel ein Abel, 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 Abel Was sind das für nen Namen, Junge Ist das ein Sohn, oder was, Digga? Sohn, die gehen zwar von Huren Sohn Jetzt hab ich hier wartet, Digga Ich werd hektisch, Digga Junge So nen Kommentar macht mir noch Ruhe, Alter Könnt's dir glauben Versteckt da raus, Junge Abbombe kommt Die sah nicht gut aus Generieren Wo wollte ich denn an, wie sie Wolf, der Wolf Der liebe, liebe Leute Hey, guten Morgen, Digga Grüße dich Da steht wieder bestimmt An derselben Ecke, wa Wie schnell kippe ich denn hier um Er gibt mir nen Headshot aus der Hüfte, oder wat Guck ich mir jetzt an, die Scheiße Er hat die neue MP schon, Digga Er fühlt die neue MP richtig Das war nen Headshot Na klar war das nen Headshot, Digga Das war so nen mieser Headshot, Bro Der war auf mein Scheiß Bauchnabel drauf geschossen, Diggi Oh, er stirbt nicht Er will nicht stirben Nein Nein Nein, das ist wieder ein Sugar Daddy, Digga Der Ruhe, so nen Daddy Ich liebe das Spiel, Digga Ich liebe das Spiel und das Spiel liebt mich Feindliche Kriegsmaschine unterwegs Feindliche Kriegsmaschine unterwegs Daddy holt mich weg Zurück, Daddy Zurück, Daddy Zurück, Daddy Zurück Zurück Die Monis alle leckten mich da, Bro. Dankeschön, Moni, meine Süße. Vielen lieben Dank. Das Game-Unterstützung brauche ich auf jeden Fall, Digga. Schöne Rage-Company-Unterstützung. Warum weint ihr? Ne Haftbomben, nuklein. Charlie wird gesichert. Aufklärungsflugzeug bereit. Ich glaube, ich werde beobachtet. Malen wir sie rot an. Aufklärung aktiv. Jo, er hat gewartet, gewartet. Ich spür weniger, Daniel. Bleibt nichts anderes übrig, Schnuckelhase. Wie geht's dir, Bro? Oh, hier geht's ja lang. Wir verlieren Ziel, Charlie. Wir verlieren Ziel, Charlie. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Wir verlieren Ziel, Charlie. Wir verlieren. Ja, das wir rauuuf. Ich bin gepanzert. Jo, Niklas, Michael, grüßt euch, ihr Lieben. Mir geht's Bescheid, Leute. Ich vermisse was denn jetzt schon, Leute. Moin. Ich will einfach, ob wir eine neue Waffe denn haben. Wenn ein Wartan wieder geht, ich die neue Waffe schon ein bisschen gelevelt habe. Aber das Game, das anspruchs mir so einen riesen Blutdruck, Junge, kannst du dir nicht vorstellen, ja. Blutdruck 1000, Codein heißt der, Codein, Digga. Und jetzt einmal Codeinlöffel nehmen, was die Hosen scheißen, du Kakavel, Alter, Digga. Oh, Mann. Grüß dich, grüß dich. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt da ist, wo ich jetzt gebannt wurde. Der zweite Tag, glaube ich, gerade mal. Ich will die Detail, wenn ich mich nicht höre. Ich habe extra noch eine E-Mail hingeschrieben, aber die werden wir wahrscheinlich nicht lesen. Manchmal ist das schon nicht so einfach. Ich lobe mich selber, Digga. Ich kann mir keinen Punkt mehr geben. Ich bin jetzt nur ein Punkt aufgestiegen im Battle Pass, oder was willst du mir erzählen? Ich bin da gar nicht aufgestiegen im Battle Pass, Digga. Hä? Das bisschen bin ich jetzt aufgestiegen bei dem Game? Das bisschen? Sie mich ficken, oder was? Ja, jetzt reicht es aber. Ich brauche wenigstens die Waffe hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Hm. Das ist doch alles nicht wahr. Ich kann mir auch Gorenko spielen, Leute. Gorenko und... ...unser... ...Maguera, Alter. Ich denke, ich gehe jetzt langsamer. Ich glaube, wir wollen es doch gar nicht hier, Digga. Ich glaube, wir wollen es doch gar nicht gehen, Junge. Battle Pass Token habe ich doch drinne. Das hat doch nichts mit den EP zu tun, Digga. EP ist doch dein Level. Battle Pass Token musst du reinnehmen. Und Battle Pass Token habe ich drinne. Waffen EP Token kann ich reinnehmen. Wer ist nicht? Wenn du reinkommen willst, gerne, Brudi. Servus, Stefan. Gerne, Matti, wenn du reinkommen willst. Auch immer moralische Unterstützung, Digga. Wenn wir jetzt, wie gesagt, sieben Tage Bann. Oder 14 Tage Bann, das fickt mich schon echt hart. Und ich kann sie euch zugeben, Leute. Wir haben ja kein anderes gutes Game draußen. Wenn da ein anderes Game auskommt, würde ich es mir auch kaufen. Selbst wenn das eine Huni kostet. Aber es gibt kein gutes Game, was richtig bockt gerade. Genau die? Wie genau die? Was genau die, Bro? Verstehe ich gerade nicht. Genau die. Aber das sind Battle Passes. Das sind EP Token. EP Token haben nichts mit dem Battle Pass zu tun. EP Token ist dein eigenes Level vom Charakter, Digga. Natürlich, Moni. Gerne. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe es, Michael. Ich hoffe es. Geben wir jetzt hier kurz den komischen, den zwei Verifizierungscode ein. Und gucken wir mal, ob da immer noch steht, dass es auf Prüfung ist, dass die meinen Account prüfen. Gucken wir mal. Jetzt muss ich mich neu anmelden. Digga, es ist doch eine Scheiße jetzt hier. Hier. Teacher. Digga, was? Ein Fehler? So. In keinem Bot. Ich muss nochmal neu den Code eingeben. Und der Code. So. Moin Unterstützung. Jetzt steht hier bei mir immer noch, wenn ich auf Profil klicke, steht gar nichts erst mal da. Wo waren das jetzt? Spiele? Barsauen. So, das auch nicht. War ich denn da? Profil klicke, wir wischen letztes Mal. Wirst du mich nicht, Matti, hört? Mal, ob ich bei Mattias anderes kenne. Ne, der redet nicht. So. Ihr könnt reinkommen, natürlich. Läuft, lacht. Ich weiß nicht, was du meinst, Bruce, mit läuft, lacht, Digga. Keine Ahnung, Digga. Da steht aber auch nichts, was ich da mache. Kundendienst kann ich draufklicken. Dann kommt Login, Kundendienst. Und dann klicke ich denn auf Ware Zone. Oder was denn jetzt ist das andere gewesen? Kundendienst. Hier. N auf Ware Zone, Kundendienst. Hilfe mit dem Konto. So. Ne, das ist das auch nicht gewesen. Sondern. Hier, Sperrungsbeschwerde. Habe ich ja schon alles gemacht. Da steht ja immer noch da, hier. Wird geprüft, mein Konto. Ihr Konto wird daraufhin überprüft, ob es zu einer möglichen Verletzung kam. Unglücklicherweise können wir Ihnen derzeit nicht mitteilen, wann die Prüfung abgeschlossen sein wird. Wir bitten Sie, regelmäßig nachzuschauen, um zu sehen, ob Sie Ihren Status geändert oder die vorübergehende Sperrung zu einer dauerhaften Sperrung können. Jetzt höre ich dich, ja. Okay, ich habe TeamSpeak neu gemacht. Aber ich habe da alles komplett neu aufgesetzt. Dauerhaft, ich will mich dauerhaft zu sparen, dann kriege ich es richtig einen Ausdick, Alter. Jetzt freuen, dann musst du kommen, dann mach ich jetzt freuen, dass es nur hat, meine Freundin ist ja voll, das wüsste ich ja leider Gottes. Ich muss auf online stellen. Ich mich? Ja, ich hätte ich ziemlich nicht. Aber wenn ich nicht mehr zu wengen, hat mehr Spieler. So, ich bin hier, wo stehe ich mich ja online, alter. Oder du musst mich anwenden, oder jetzt mich ein. Aber ich muss ja mal gucken, wie das hier, Party, Freunde. Oh, wenn du bist hier nicht, meine Freunde. Gut, bei mir auch nicht. Weil, Alter, fängt schon mal gut an. Äh, boah. Was? Ich bin mal sozial. Was ist hier der soziale Posteingang? Ähm. Oh, was ist denn dort? Clans, warte mal, Clans. Clans gibt es ja nicht. Also, das gibt es einen extra Clan. Mitgliederliste steht hier, Hansi im Blau, so. Achso. Aber das ist nicht das. Auch keine Ahnung, wie wir zusammen zocken können. Oh je. Hä? Das ist ja auch ein Anteil. Da interessiert die doch nicht, Michael. Äh, Michael. Ja. 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 freunde doch beschissen das game ist schon gut hat er mal hier card die falls ein paar mehr leute da drauf was nicht drauf weiter geil im flex kann auch immer ich gucke euch die offline irgendwo finde ich das groß alter musste den beton sein mit t hier oder ist so wenn mit leute habe ich ich habe eine idee oder ich kann ich mich hier in wengart nicht ich habe mich nämlich auf den stellen und ich gucke gerade und wir gucken wie sie irgendwie online stellen können verstehe ich nicht ich muss jetzt drücken bei mir sprach und privat atmosphäre einstellung ich sag hier steht ihr wart ja öffentlich bei mir und wieder sexy einfach mal ein bisschen und ich zock mal back for blood euch doch nicht irgendwas älter spieler melden kann ich ja melde mich halt die schnauze in dem scheiß melden spieler einladen das ist der kinder reich einladen kann hatte ist er nicht da wenn wir das nur anziehen wir sind viele online habe ich mir alle war so wenn wir du bist wenn wir nicht online ich gehe mal ein war so ein rein und dann mache ich mich da mal auch sichtbar wieder wo ich den bau so und hier kann ich ja nicht zocken den rot ich bin ja mir gar nicht ganz gut mir morgen wieder das ding angemacht in der hoffnung dass jeder was ich nicht probieren immer wieder probieren ich bin in der wunderschönen beuten dann nutzen am besten nutzen den operator türrand muss ich nutzen ja da gibt es noch mal mehr auf deine vierte wenn du den hast sie mal gucken durch weil da kriegst du mehr ip hierbei wenn gott jeder jeder aber wieder hat eigene waffen da kriegt er extra noch ins büro aber das muss hoffnungsstopp zuletzt ja da hast du recht mäuschen habe ich hab's ja probiert heute wieder mal probieren noch nach der ersten nicht auf nix cross lounge anfrage antwort war erfolgreich steht bei mir gerade ja dass du rüber gegangen bist ja so ich bin hier aber auch in die offline erschien jetzt bin ich online wieder und jetzt starte einfach mal eine runde heute geht und gucken ob das geht oder nicht auf spaß wahrscheinlich nicht gehen hin an robin rennen mahlzeit wir versuchen es mal ansonsten jemals in den gang wieder rüber wenn das müsste jetzt online gestellt sein das ist halt extrem langsam an läppeln an einem leveln hier aus strahl aus trotz gegen kurve doch doch habe ich einfach nur für wenn man sagt man ja einfach nur für wenger muss ich sowieso jetzt die man im battle person ich will den leuten das so vorstellen aber ich hätte doch kommen wir bevor die nächste season wieder anfängt auch denn die lange aber zurzeit auch ziemlich nervig also naja kriege gegeneinander ach das ist so was gegeneinander also kriege also du musst hier so welche dinge was tocken sammeln da ach so sind übelst laut und musst du machen oder was ja ne musst du nicht auch die kommen aus den kisten raus und übelst laut ach so mahlzeit martin jetzt bist du on in wengert ok ja bei mir noch nicht wir gucken gerade mal beutegeld 54er ping wird sie nicht auslaufen Gute laune sterne für die schlechte laune Daniel mein lieber schlechte laune knuscher auf die gute laune vielen vielen dank brudich hin vielen vielen dank für deine sterne bro warzeit tobias grüße das ist so lächerlich digga katzen teilen gleichzeitig da passiert nichts es ist der one scene warum kriegst du mich in die rölle es geht nix nada niente wie tanztes gruselspiel also dieses ja eigentlich find's gut ja das sind halt viele neue sachen muss ich erstmal alles kapieren ja das sind viele neue sachen das steht nicht mehr so richtig für wasser na da kann man sich durchlesen alles beim training da steht alles beschrieben wie der einzelne gegenstand hast du da auch gesehen was da beschrieben stand alles ja musst du hochgehen ne das ist zu viel ok immer noch nur 20er ping gehen wir wieder rüber in Vanguard Jojo grüß dich michael guten morgen und spielen wir halt wieder vanguard wow ja man mecke es ist dann nix das schöne spiel ist so alter der ja das liebe das ist einfach als liebes spiel jetzt noch mehr als zuvor ich glaube nicht maße ich glaube das geht nicht mit einer kontestellt audio gesperrt jetzt mit der xbox live gehen könnte ja mir ist auf jeden fall offline kann ich bin ja gerade am spiel im starten digga ja du müsstest trotzdem die anderen von war sohn sind ja auch online alle ich bin ja auch nicht mehr war so und man ab ich hatte meinen kotz ab so jetzt gucken wir noch mal bei social noch nicht da bei dir sagst du ne na scheiße digga ist doch rotz der digga du bist bei mir da digga ich kann nicht einladen was machen wir denn jetzt hier wieder welchen modus ich habe spiel immer was wir dafür immer hotcore und hotcore ist immer nein herrschaft kontrolle und das nicht oder wird sowohl etwas rein hau irgendwas rein ja weil dieses stockspul laser waffen teil das ist doch halo ist doch ja das ist wirklich nicht zu viel ich weiß noch nicht auf was dran ist jetzt angeblich sind da drei sechser scopes mit klemmt alles hätte 4 8 3 6 alles was über drei fünfer ist was über dreier scope ist ein sechster scope ist denn wahrscheinlich wenn er denn mit einem sechster scope alles stumm schalten muss ich von jetzt halten ich hör mir jetzt auf einmal alles stumm schalten das hat ihr gezockt die starke ja aber die bauste halt das die starke natürlich mh okay ja ja Ich bin auch gleich bereit. Ich bin auch gleich bereit. Und bei Hardcore musst du halt irgendwo ein Schild drauf machen am besten. Das ist kein Hardcore. Ein Schild hinten drauf meint sie, ja gut. Auf jeden Fall. Und der SCG ist richtig stark, oder? Mhm. Team Deathmatch. Schaltet alle Feinde aus. Jetzt müsst ihr kämpfen, als ob ihr es ernst meint. Die Führung ist unser. Digga, die sterben nicht mit der neuen Waffe, Digga. Das ist denn da? Die kam grad von hinten. Digga, das... Ich darf nicht vorn da rum wie so ein Tennisball. Yo. Dann holt sie zurück. Das ist wahrscheinlich auch mal eine Spritze. Wahrscheinlich nicht. Irgendwie sowas, Digga. Aber scheiß Sandgranate drinne. Er kämpft da oben im Haus in der letzten Ecke, du Noob, Digga, Mann. Eine Drohne. Da hat er da oben, die da langläuft, Digga. Ja, ja, ja. Schnappe mir Vorräte. 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 Ja, wie schnell man hier tot ist. Ist nicht normal. Hat die Bar wieder nen Buff bekommen, oder was? Hat sie auch. Digga, die Bar zwei, drei Schiss tot, Junge. Schnapper. Wir wurden gestern fast nur gesniped. Das war das letzte. Mit der, mit was? Äh, mit der Gorenko und mit der... Der Gorenko sowieso. Da hab ich auch voll Bock drauf gehabt. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Leck mich doch am Arsch, da der Dude, Alter. Ja, jetzt kriegt er. Vorsicht, Molotow! Feindliche Bombe im Anflug. Darf ich mal beobachten. Feindliche Vorräte nähern Sie. Ich hab keine Placer. Ich hab ne Xbox ne neue noch. Ich hab die neun nicht aufgebaut. Die ist noch ingepackt. Hab ich von hier gekauft. Die muss ich mal irgendwann aufbauen. Vielleicht kann ich darüber dann streamen. Muss ich erstmal runterladen, dann alles. Ach, dir hat schon keinen Bock mehr, wa? Nee, ich kenn die Koppen noch nicht mehr. Aber die Koppen, ich spiel immer nur... Digga, die Waffe ist aber auch scheiße die neue, alter Digga. Ungenehm, mann. Ich krieg ständig Rakete aufm Kopf, mann. Kann man da nicht bestimmen. Man kämpft doch nicht, mann! Gehen dort! Bro, bitte gar nicht. Scheiße, Digga. Für eine Scheiße. Daaa! Jo, oben im Haus drin die Nutte. So, von rechts nochmal. Der Claymore noch. Ey, ich geh gleich so raus! Leck mich! Ah! Du weh! Ich kann ihre Blicke auf mir spüren! Ey, Digga! Das kann nicht sein, Mann! Ich geh raus! Boah! Ey, Digga! 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 Gehen dort, Digga! Du kannst ja die Scheiße hier ganz komplett verjessen, Digga! Dieses Müll-Game. Dieses verwurte Fotzen-Müll-Game. Das ist ein Witz, Digga. Digga, nein! Da soll ich nämlich eine andere Waffe, Digga. Ich nehme die Gorenko da mit rein und der Captain steht in der Ecke. Ich spawne und kriege eine Rakete auf dem Feld gleich wieder, das ist nicht normal. Wir wissen aber auch genau, wo du bist dann, ey. Ja, ja, Alter. Ja, Gorenko, dann gib ihn, Junge. Ist doch hier ein Hardcore-Modus, ist das doch hier doch. Digga, wie schnell kickt man denn um, Digga? Was ist denn das, Bro? Digga, das ist doch nicht normal. Ich glaub, das ist... was ist denn hier, Alter? Die echt Cheater-Lobbys vielleicht, weil ich einen Bann hab, Alter? Kann doch nicht sein. Ist das aber Hardcore-Modus hier, oder was? Nee, das ist normal. Und kippt ihr denn so schnell? Ich krieg so'n Ding auf dem Feld, ahaha. Im normalen Modus besser Ghost. Ghost hab' oder nicht, krieg ich Raketen auf dem Kopf, wir kommen sie von hinten an. Egal, Junge, das ist scheiß Game, ich kann's nicht mehr sehen, Junge. Da läuft einer lang, jawoll. Jawoll, ja, das macht richtig Sinn, Junge. Bin Bock. Verdammte Schande ist das, du sagst das. Du sagst das doch. Verdammte Schande ist das. Da kommt wohl ein Schwerber oder was. Jawoll. Haben wir noch so viele Waffen hier drin? Nix, wenn ich die neue wieder spielen. So verzweifelt schon bin. Achtung, feindliche Gleitbombe. Alliierte Gleitbombe unterwegs. Feindliche Aufklärung beim Überflug. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Was hat sich jetzt gelohnt? Ich hab angefangen. Schlecht abgehört hast du. Ja, ja, natürlich. 14 Kills hab ich gerissen, die Jense. Jense 14. Jawoll. Ah, shit, Bro. Oh, shit, Bro. Mann, 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 Leute. Das ist doch richtig Hure, Junge. Das Game tut so weh. Ich will doch nur spielen. Naja, sicher, Torsten, was soll ich aber machen, Bro. Ich kann nichts anderes zocken. Ich kann nichts anderes spielen. Ich muss hier durch. Na klar. Na klar. Na klar. Was kriegst du da nicht großartig, denke ich mal hier. Ja, das ist das denn für den Schmutz. Boah, wie ist das denn da nicht großartig ist. Das ist normal, was du anpassen. Besser. Das ist ein Blicke. Das ist ein Blicke. Das ist ein Blicke. Das ist ein Blicke. Das ist ein Battle Pass. Das ist ein Blicke. Das ist ein Blicke. Das ist ein Blicke. wie bitte ab geht's weiter naja die map bin ich auch mich nervt ja schon dass die waffe rot überhaupt schießt ich bin nicht so durcheinander ja ja wird der stem bringt ja nicht wirklich was ok von allen seiten feindliche aufklärung ausgeschaltet ja 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 ich will doch nur einmal bei dir sein glücklich lachend durch die map ja die sterben einfach nicht mit dieser scheiß waffe die wollen nicht sterben ein siebener zielfernrohr wie ich denn da mit alter gleich gleich können sie mir gleich schicken da fick ich hier richtig weg also habe ich jetzt ein 1,5er scope drauf oder was wie aufs dach kann man dann drauf jungen oder aufm dach da oben drauf junge ich glaube linke seite ist nicht besser rosa ja ja jetzt kann man ja noch mal erinnern sich ein leck mich doch junger leck mich doch einmal kann ich ja nicht mal durch oder was hier oben in einer hof an den krebeln wo dann hin da hinten wir haben augen am himmel hä ich sehe ihn da hinten nicht im leben und er schießt mich von da hinten weg oder was ich sehe da hinten nicht mal irgendwas digger ich sehe da nix bis wenn du top bist da hocken die in der ach und das soll ich mir jetzt schotzen darüber geben oder jawohl süßig da krieg ich ein herzkastbar großer digger kann ich nicht machen das kann ich meiner familie an tun da hocken sie wieder dahinter die schweine die sind nur am camp matthias ich geh gleich raus ich fick mich gleich ins arschloch digger die kleine nut der kennt immer noch im selben spot junge du musst es halt nicht als spaß sehen und als sinn und zweck ja ich sehe das aber als sinn und zweck mit wenig bin ich überhaupt mit wenig nicht mal erkennt das spaß kann man das gar nicht sehen das kann man eigentlich als hass sehen mit einem sinn dahinter ein hass sinn wir wollen ja die waffen leveln der snipe oder oder oh leute es tut weh es tut so weh ok ich habe auch so ein stockspul ist aber ja dachte ja ich glaube ich werde beobachtet ja genau kämpft mal wieder da oben kämpft mal wieder da oben ich kann ihre blick auf mir spüren bei mir kippen die nicht um justus der schwule hund da vorne alter ja 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 bei mir kippt ja nicht oben wenn ich Es ist nicht wahr, Alter. Es macht so viel Spaß. Was? Was? Das Ding auffiel da nicht mehr einen Schuss oder was? Na klar. Da fliegt eine Leine runter, Alter von Mümmel. Wie schnell ich tot bin. Egal, was ist denn das? KGM, yo, die fühle ich richtig. Warum spiele ich eigentlich die neue Waffe, wenn die so scheiße ist, Alter? Warum spiele ich dieses behote Mistding? Ich ohnehin, wenn ich so nicht brauche, aber ich muss halt machen. Ja, da muss man halt alles gelevelt haben, die scheiße, ja? Ich glaube, ich werde beobachtet. Die haben die rechte Seite sowas von... Brune. 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 Man hängt wieder zu. Yo, schade, Alter. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Danach habe ich mir erstmal einen Wiener Würstchen aus dem Kühlschrank verdient. Mann. Feindliche fliegende Festung im Anflug. Feindliche fliegende Festung im Anflug. Was? Dick, aber ich habe keine Money mehr drin und er killt mich noch. Eine feindliche fliegende Festung. Da kommt einfach ein Ufo angeflogen, Leute. Jo, die Festung, jawoll. Was ist das denn für ein Ding, Dicker? Alles klar. Kannst du uns ausgehen? Wenn ich besser hinkomme. Ach, der Rechtswahrer, Junge. Was ist denn geschießen? Jawoll. Kann Kraft schießen, ne? Das Ding, oder was? Jo, würde ich machen, wenn ich ihn nicht aufs Maul kriege oder auf anderen Gegnern. Weg. Auber. Feindliche Gleitbombe auf dem Weg sollt! Ihre Blicke auf mir spüren! Jo, ich kriege das Ding mit dir aufs Maul, Alter. Ist das göttlich, ist das nicht irgendwie egal. Sind die Leute auf dem Weg, beide kriegen die Scheiß aus dem Maul. Was ist das? Ja, ja, ja. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich verblöde schon völlig. Guck mal, was machst du da, Dicker? Beweg dich mal ein bisschen, du Nonner-Junge. Ja, Junge. Ich glaub, ich werde beobachten. Jetzt hab' ich eigentlich nicht zu sehen. Fick dich mal, Mann. Sauber, Digi. Jawoll. Hörmanns. Das Ding drückt, ja. 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 Das ist immer so Mensch-Eisen-Positiv, Junge. Der singt immer Positiv. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Yo, 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 yo. Bei uns kämpfen sie aber auch ins Hardcore rum, Junge. Oh. Was, dich bewegen, die nicht hocken oder? Oh, ich verbreche. Ja, 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 ja. Hi, hau. Die Granate war best, Alter. Die Runde ging, einen recht kill. Die Waffe wurde gelevelt. 31. Seh dich nicht mal bei mir, Anliste. Ich seh dich aber. Ich bin der zweite von oben. Ja, auch gut. Ich hab mir mal kurz nen Vino, ich hab mir mal nen Vino gewinnt, weil das nen Vino muss sein. Mhm, mhm, mhm. Das ist ein Schloss, ne? Was ist denn laut? Ja, mein Dillator oder was aber, dass es mir noch kommt. Problem. Warum schon bei euch oder was? Ja, ja. Okay. Naja, ein paar Kekse. Ein Biener war nicht mehr da. Aber nur vom Schaden, sag ich mal, ja, sonst ist immer noch einfach zu spielen. Also was für dich? Ich will erst dir. Ah, okay. Spielst du? Was? Ich will schnell. Stommi, wer jetzt hier weiter. Ja, die ist auf jeden Fall Kassel, die Kaffe. Die ist nur halb für stark verkämpft. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Ja, die Wache ist auch ein besseres Ziel, Alter. Besseres Visier bei der Wache. Feindliche Aufklärung entdeckt. Ich kann ihre blicken. Aufklärungsflug gestartet. Bin ich gerade die neue Wache schon irgendwo rum? Das bin ich, Junge. Ich kann ihre blicken auf mir spüren. Jo, von wo ist jeder nix? Ich sehe da absolut nichts. Ein Fenster drin? Okay, alles klar. Feindliche Spionage. Abwehrflugzeug in unserem Einsatz. Die haben mich festgenagelt. Über die neuen Gewehrkasse knicken. Die schlucken ja überhaupt. Da kippt es genau um von denen. Bis ich da auch mal anwiese. Ich kann ihre blick auf mir spüren. Fünfter 37 Schieße bei den linken. Ach, ziger nix. Das Mac-Koffi-Holster. Ich kippt es genau um von denen. Jetzt kommt hinter mir wieder einer. Oh, der ist auf deinem Handy, der schwarze Fleck, Dicke. Ja? Ne, ne. Da ist einer reingeschrieben, ein schwarzer Fleck. Ich dachte, dass das auf deinem Handy wäre, der schwarze Fleck. Das wird mein Mikrofon arm sein, Dicke. Da setze ich nämlich mit meiner Gorenko da hin und snipe die ganze Zeit ins Fenster rein. Ganz einfach ist das. Gehe ich jetzt hier hoch. Dann gucke ich jetzt hier. Wo die Sniper hier kommen. Das ist bloß nischt das Problem. Ich gehe jetzt aber in die Fresse rein. Ne, okay. Das lassen wir auch sein. Ich bin verzweifelt, Dicke. Ich bin verzweifelt. Wie macht die Sniper aus ja. Das ist doch die pure Verzweiflung. Das ist doch die pure Verzweiflung. Stell mir auch grad an, der Scheiß, Dicke. Wie macht das denn hier? Was ist denn das überhaupt, Dicke? Da ist ja Walle ein Schrocken, oder? Ja, so ist besser. Lassen wir das über Sniper dahin. Na ja. Verkehr mal Camper auf. genau eine granate jawohl immer steht auch ein dicken draus jungen besser findest du ja bis auf jeden fall aber trotzdem scheiße ist alles scheiße hier kippen doch nicht um mit dem ding brudi die wollen doch einfach nicht kippen man nicht durch die unter feststück holz alter klassen fertig machen das geht gar nicht so ich krieg immer die scheiße auf den kopf jungen da habe ich ein rotes heiß dekse im tschädel kleben oder wat man feindliche spionage abwehr in der luft kommt der nächste um die ecke servus alex mein lieber dank dir den spaß hab ich den spaß hab ich und fühle junge richtig die lösche sammoudi und ich denke dass er mich entdeckt hat wundert mich ja ist doch gut die sterben bei mir nicht weg man die gibt es nicht ich nehme einfach andere waffen reine machen wir die schützer klasse fertig und man kann sich glauben irgend eine scheiss schwitzer klasse ich bin da oben ein schnittbock dabei mann ich kann die löschen 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 ich will nix testen ich will die scheiß waffe leveln alex mein guter einfach nur die verruhrte waffe ein bisschen leveln aber die ist nicht so einfach zum leveln weil es einfach bis millionen jahre dauert ich anfängt warum ist denn der wichser da wieder auf laut mann oh alle raus hier haben sich den bock mehr haben auf die scheiße deswegen dann kommen wir wieder neue rein nie am k alter ey ich krieg schon mal die Gleitbombe aufm kopf ich raste aus ey immer wenn ich das Wort Gleitbombe höre will ich jetzt ich tot bin naja drohen jetzt mal raus hier hauen ja immer mal schillen die snipes aufm fetten Dreck die zur drücke was spielst du auch Sniper oder was? ne ne ich fick nur einen Sniper in die Fresse Digger nicht drunter mal die Karten zusammenbauen ich kann ihre Blicke auf mir spüren das ist nicht normal Leute nicht normal grüß dich Julchen das macht doch Spaß oder genau zu einfach dein Maul halten so viel Spaß als wir gleich Back-for-Block zocken werden jo schon wieder ich alter ey es ist nicht normal alter na klar wer kriegt die wieder gleich ab nee egal ob ich mit dem Ding schieße oder mit Scheiß warte welchen Schmeißer der macht keinen Unterschied ich brenne überall ja wie ist denn das Stapel lauft alle ins Feuer rein lauft alle ins Feuer rein lauft alle ins Feuer rein mal rein da ich lauf um mal durch wer jetzt so Bock macht jo lass den Mist und mach sie fertig was denkst du was denkst du ich versuche Junge ey Digger mach sie echt nicht heiß auf den Kopf Mann lecker mich doch am Mocker so ne Sniperklasse mal fertig mach nix zu runde und dann ist gut da kommt der gute Scheißkarte wahrscheinlich was das ich auch fix erinnere hm ich geh kurz locker raus bester Mann bester Mann bester Mann komm ich gehe da ich gehe das in der mit nur bis bis 5 Mache ich mir mal ne Sniper-Klasse fertig. Ich will doch die Cars spielen. Ich will doch mal ne Sniper-Klasse fertig. Das ist ja ein kleinerer Lauf, alter. Ganz gut, wie geht's dir, Vanessa? Ja, was spielt man denn da, Alter? Ja. Ja, das ist ja ein kleinerer Lauf, alter. Ja, das ist ja ein kleinerer Lauf, alter. Ja, das ist ja ein kleinerer Lauf. Ja, das ist ja ein kleinerer Lauf, alter. Ja, das ist ja ein kleinerer Lauf. Oh. ich bin komplett in eine andere stadt gezogen einfach nur die wohnung gewechselt jetzt ist die scheiße denn hier oder zumindest wissen wenn man angeht ich glaube ich war doch kein schmerz sehen das ist nicht mehr probieren wir mal da oben morgen war auf den tower recht links nach quickscopen die quickscopen rinnen in den schädel obwohl es auch nicht so einfach aussieht hier mit quickscopen drei mann da oben der sexy digga das ist natürlich sexy ein hab ich ich habe es weihnachten mit der sniper digga also schon alles auf zv gebaut kleineren lauf noch draufhauen oder was noch mehr zv lauf drauf wenn es einfach mal gucken wie das geht fix aufhauen oder nicht den kleineren lauf hier ja immer sterben bringe macht sind macht sind und bock das game besetzt ich bin doch drauf jeder von denen ich gehe raus kriege ich nur granaten in zimmer heute ich habe zwei quickscopes gegeben jetzt jetzt kommt der dritte mit dem leder hier wenn ich es mal nicht spiele ich bin festgenagelt ich habe acht kürzchen wie man spielst du das schneidbar digga ohne schneidbar ah jetzt kann ich schon schneller um die ecke der knecht feindliche aufklärung beim überflug oder muss lobos ich sehe die nicht mehr mit der schneidbar hinten alter das fleisch pelz geht nur auf den sack ja da macht man klickt davon jungen aber sechs jungen das war sexy ah come on dude nicht verstecken und da klickt das klipp das java mit der leute gibt den jungen leider let's go du es sei da machen einst was nicht gilt auch nicht mit snipe das läuft richtig ja hier das ist jetzt hier die neue kommt junge jetzt sehen müssen wir gerade eben junger war das heftig digger das ist richtig geil was war denn da los gerade das bin ich dann das ist geil und da habe ich gerade richtig den ständer gekriegt meine frau weg muss ich auch ein bisschen sauber machen ich habe das habe ich richtig gefühl den shit gerade leute ich bin für mich selber weil ich auch ganz ja ich hoffe mich ach sind keine Teles es ud Okay. Fuck. Ich hoffe, ich habe mal das Rechen zu sehen. Aaaaaah Könnt man noch machen, GFC, Dicke Sniper Map, ah nein, ach wir machen trotzdem einfach Sniper Er löst nicht, glaub ich Ich auch nicht Na so lang komm ich hier nicht aus Ich Wir verlieren Ziel Baker Wo kommen die alle, ich seh da ja, wie siehst du Wir waren so Bei mir ist einer, Dicke Ab dich Alter schade, der noch fast dem Nack sind, Dude Wir nehmen Able ein Bisschen mehr ZV als die Waffe reinkriegen Wir sind bei Able verschanzt Ah, ist meiner Was? Was? Der kriegt nen Hitmarker? Was ist denn da los? Der zur Zeit sind die One-Shine, jetzt kriegt der nen Hitmarker Ich bin bei C, ja 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 Oh, die Map ist, glaub ich, schwierig zum Sniper, aber die Gegner sind ziemlich gut Wir sind bei Baker verschanzt Wir sind bei Baker verschanzt Herr Nietz Sie sind der Führer, sich nicht verstecken Was ist da hinter mir jetzt, äh Feindliche Aufklärer in der Luft, Fiona am Himmel Gleitbombe Was war das? Gleitbombe 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 Ich nehme gerade C ein Ja, Dicke, was machen, mein Gott, Junge Wir haben Aufklärung in der Luft Dicke, kämpf doch nicht die ganze Zeit, Mann Fetten Potzen, Dicke Dicke, ich treff hier auch nischt MAAAAN Beiden Seiten da mit Hach ich Ja, oben links, oben rechts im Fenster Ficken hier, Alter, ich fühl mich fett ja immer von hin denn die ohne wird nicht meine äh da no sco and quickscope Baker wird gesichert! Wir nehmen Baker ein! Pika meiiin! Gott, jetzt kommt Pikachu von hinten, Junge! Leck mich! Wir erobern Baker! Was ist denn noch ein Hit, oder was, Dude? Warum hab ich kein Schild aufm Rücken? Seh ich sowieso nicht. Ich hab ein Schild da drinnen, da hab ich keins. Dankeschön! Dankeschön! Das ist gut! Bro! Was war denn? Was ist Glas? Glas! Nee, lassen wir noch liegen! Wollen wir T-A jetzt, oder was? Ja, können wir mal mal liegen kommen. Ja, können wir mal liegen kommen. Da bin ich noch A. Was ist das? Und auf T-A, leider gehts. Wir sind nicht so gut! Charly wird abgeriegeld! Baker wird abgeriegeld! Aber sich nicht verstecken! Nein, hab ich! kommen wir von rechts wieder streckt euch an wir liegen ja kämpf in der ecke da du mutterjunge ja die gast ist so beschissen wir verlieren ziel charlie kapflikt im überflug Wir halten Able! Ja, wir werden Baker! Immer work! Erinnern wir, erinnern wir! Oh ja! Oh ja! Wir können aber sich nicht verstecken! Wir erobern Charlie! Aufklärungsflugzeug bereit! Die können sich nicht mehr verstecken! Ja, gerade eine Drohne rausgekloppt! Sie nehmen Baker ein! Sag mir, wo ich treffen soll und ich... Ja, der... Der Baker ist verloren! Ach, komm! Ich griff, bin nicht tot, Alter! Able ist verloren! Geh weg! Was? Digga, was, Mann? Du kleiner, fetter, cool! Fick, Mann! Ja! Werfe eine Betäubungsgranate! Der Feind hat die Aufklärung gestartet! Wir haben Augen am Himmel! Sie können rennen, aber sich nicht verstecken! Fein Spezial! Läufe! Du Arsch! Das steht neben der Ecke! Ja, Digga, ich treffe auch nix gerade! Digga, ich bin so bad, Bro! Oh! Sie können rennen, aber sich nicht verstecken! Überall stehen ja zwei, dreier! Ach, mein Gott! Do! Doch und, doch! Nehm A ein! Das ist riesige Giftgras gerade in die Fresseln! Sinds A wieder nicht eingenommen! Hallo, Mahlzeit! Digga, Mann, Mati, wir sind so hässlich, mann, alle beide, Junge, Alter. Ich hab ihn nicht gesehen in den Nöttenbengel, Digga. Da brauchst du nen Übertiebe. Ja, ja. Die Runde ist fast abgehakt. Und wir auch. Der Schaper, der ist von Gott, dieser Kotte, ey. Jo, da kommt Peter. Was zur Hölle ist da draußen passiert? Ich hab ihn nicht gesehen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hm? Hm? Termin eingesetzt! Da! Und, ja. Ich bin noch ein Sniper. Ich bleibe heute dabei. Das ist der Witzler. Ich bin noch ein Sniper. 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 das ist ja auch schon mal woher was denn der da alle mit dem gast da ist egal es ist auch nur ein camper scheiß Das ist voll zu kacke hier. Dann liegen wir auch einen ab hier, glaub ich, kannst du wissen. Ich pushe mein Schild. Dann lass mich. Die kann rennen, aber sich nicht verstecken. Digga, Mann, das ist so schwierig mit den Schneipern, Junge. So eine schwierige Scheiße, Bruder. Jo, wie schnell man tot ist, Digga. Die können nicht mit der neuen Waffe so schnell, Diggi. Ich selber, wenn ich die spiele, Digga, da krieg ich nur Hits, Junge. Ich muss Munition sparen. Ich muss Munition sparen. Da hilft's. Das war schon noch gute Quickscopes, jetzt bin ich hier down. Das ist das Ding aber auch schießt, das Auto manchmal. Jo. Einiger nutzt mich, was er holt hat. What the hell, Bro? What the fucking hell, Dude? Meine Güte. Wir liegen in Führung. Feindliche Gleitfombe auf dem Weg zu uns. Befremd für mich nicht versteckt. Feindlicher Wachung auf Patrouille. Feindlicher Wachung. Ja, ich verbrenne, Digga. Wir gehen in meine Granate hin. Bro. Wir verlieren Ziel Baker. Luftaufklärung aktiv. Augen auf. Alliierter Mörserbeschuss unterwegs. Ich bin noch drauf links, Mann, auf den Wichser, Digga. Lege Panzerung an. Riese Waffe. Ich weiß nicht, was da aussieht, ja. Unterholspitzen oder so draufspielen, dass so mehr Schaden kommt, ja. Ich weiß nicht. Nicken kannst du das, Digga, gerade. Nicken kannst du das, Digga, gerade. Ohne, am Himmel. Ja, Mann. Dreh ich mich einmal wieder weg, Junge. Feindliche Gleitbombe unterhalten. Jawoll, 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 Jawoll. Ich hab dich im Auge. Fika, was mach ich denn da, Bro? Auch ein bisschen jetzt nicht drüben, Alter. So. Kann man eine andere Waffe zusammenstellen, danach, ey? Feindliche Gleitbombe auf dem Weg zu uns. Feindliche Gleitbombe. 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 Oh, Alter! Meinst du halt schon nie hin? Und Jumps verdient eben den Lappen. Mein Gott, da läuft der Wixer genau vor mir. Ich seh nichts mehr, du. Sie nehmen Charlie ein! Jetzt kommt jeder auf der anderen Seite, glaub ich. Hab dich im Auge! Nooo! Keine Chancenlager. Wir erobern Charlie. Die können trennen, aber sich nicht verstecken. Das läuft für einen Spitzjahr! Ach Scheiß, weil ihr euch zu spät angemacht. Ich bin der Schlechteste hier gerade gedollen, Mann. Genau! Oh, Hättest King Clateral sein können. Wenn ich in der Welt enternange die zwei Tropfen-Ficker, da es in der Low ist. Wir haben heute Abend ein bisschen Back 4 Plot oder so. Und dann danach das Horror-Game, wenn du in der Bock drauf hast. Ja, genau. Ich bin da. Das ist so sexy, freu ich mich. Und auch da drauf. Das wird Piepen, Alter. Hast du so? Schön ist. Das ist Thomas, Alter. Und ja, gesund. Ja, von längst und von rechts. Servus, Dennis. Jetzt kommt der hinter mir wieder. Wo kommt er denn jetzt her, Bro? Bin ich von hinten, oder was? Jetzt kommen die von der anderen Seite, ja. Wir haben einen, oder? Vielleicht. Ja. Ich bin fest. Ich bin fest. Ich bin fest. Ich bin fest. Und es ist fast offen. Machen wir den Sack. Ich habe einen Luftschlag angefordert. Ich habe dich im Auge. Ah. Ich habe dich im Auge. Sieh? Ja, ja. Meine Runde war es nicht, aber dafür, wir scleren, usher geht es. Muss man auch mal ein bisschen sagen, ja. Große. In der Frau bis nach hinten. Okay. Du hast kurz nicht stoppiert. Was ist denn mit Noah eigentlich, weil du da unten reinkommst? Noah, was ist denn los bei dir? Was ist denn das für ein kurzer Lauf? Welche Waffe denn? Das ist die Kackwaffe. Dann kommt alles. 2, 3 und maximal 10. Los. Ja das tut schnuckig. Ich bin auch eingecremt. Das tut so weh. Das tut so weh. Das tut so weh. Das tut so weh auch bis du nie. Das tut so weh. Ja weil ich dich nicht eingecremt habe, das ist ja gestern Abend. Ja das musst du machen, das ist wichtig. Ich weiß. Jetzt bin ich das Fertsch. Fertsch maner, sauber. Fertsch. Somit eh nur Seite. Komm dazu ja auch nicht momentan mehr. Im Winter wahrscheinlich wird er ein bisschen auf die Map schon. Fertsch. Beseitigt alle Bedrohungen. Seid kritisch gegenüber euren Gegnern und euch selbst. Werfe eine Granate. Mahlzeit Mario, Pelli grüße. Dankeschön. Dann müssen wir so ein Glas machen, Hasi. Ein Strohhalm, wie ein Eiskaffee, Hasi. Soll ich ihn da trinken? Ich will es doch nicht löffeln. Ey, die Gebärter. Hast dich im Auge. Immer andere, die nicht jetzt hier. Wir lieben uns doch. Oder etwa nicht. Das freut mich, ob du sagst. Bei der anderen Waffe, ja? Ja. Was ist denn der kurze Lauf? Welche Level hast du denn den? Ich bin jetzt auf der 28 oder sowas. Mit 28. Ich will es gerade für schlafen. Kann ich mal machen. Kurzen Lauf, sagst du? Lauf. Den Salben lauft der kurze oder was? Oder den kurz. Ach, den anderen da. Okay, den probier ich mal. Boah, stark schwul aus, die Wache aber. Ich sehe ja, wie die aussieht. Die selbes Ballern. Den lehrt halt so lange nach. Jo, das ist halt echt eklig. Ich sehe halt gar keinen. Das Flugzeug kreist über dem Schlachtfeld. Ja, aber die sind auch nur am Gammeln, die kleinen Notten Bastarde, Alter. Dein Raum da drin, Alter. Naja. Ein Ding durchschmeißen. Ein Wurfmesser hab ich jetzt mit. Das ist ja ruhig. Die roten Schüsse machen es nicht besser. Das stimmt, Alter. Oh, Digga, wie schnell ist mein Ton? Was ist mit der Maus schon wieder los? Und wie der Aussetzer hat. Ich guck mir keine Funkmaus mehr, glaub ich, Alter. Ja, ich bin viel zu schnell tot. Das war das letzte große. Okay, da haben wir so dreckig dich. Danke. Shit, ja. Die Munition. Ich will mit Quickscopes mehr Damage machen als mit dieser hohen Waffe. Oh, was ist denn das für ein Laser? Schieß mal aus der Hüfte, das Ding, Digga. Ja, ja. Du schiehst schon eine ganze Zeit aus dem Haus. Hä? Digga, was ist damit denn hier richtig, Bro? Laserwaffe. Was ist denn das für eine Hüfte einstehen? Das ist ja hier, das doch. Oh, ne Granate. Nein, 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 nein. Oh, die Granate. Wir wurden gestreckt. Oh, und da. Bin gepanzert. Das wird längsermaßen bei der Strecke Star Wars, Junge. Star Wars und hey, du zusammen, Junge. Ich sag's dir. Das muss ich nachladen, das dauert wieder ein bisschen. Beteilbungskanne hat sie geworfen. Achtung, alle hier unter Mörserbeschuss unterwegs. Kann ihre Blicke auf mir spüren? Mario. Wie gedacht, Digga. Dass wir uns lieben. Ah, Digga. Gammeln auch nur rumrattern. Der ist aus der Hüfte manchmal, Alter. Ich hab dir den Arsch gerettet. Na ja, oder? Geh, Mensch. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Guter Kampf. Hast du ein Problem? Oh, guckst du ja, ne? Oh, meine Brüder! Jetzt kann ich hier nebenbei noch ein bisschen Waffen leven, Leute. Ich muss eigentlich gleich los, Alter, lol. Eine Runde noch, Leute. Dann müssen wir das Auto zum Service bringen und dann bin ich gleich wieder am Start. Das dauert ja nicht lange. Ich mach dann trotzdem aber den Stream kurz aus, sonst habt ihr da 10 Minuten einfach bloß nichts. Oh. Mhm. 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 Nein, ich darf nicht wieder. Deswegen spiel ich Vanguard, weil ich nicht darf haben, Brudi. Weil ich leider nicht darf, Bro. Ja ja, Mario, das ist nicht gut für meine Seele, Brudi. Das ist nicht gut für meine Seele. Nahkampf, wo ist denn das Schild? Ist das Schild eine Extrawaffe? Muss ich da auf Overkill gehen oder was? Oder wo ist das Schild drin, Leute? Das Schild ist ein Nahkampf, dachte ich, Leute. So ein Schutz. Ja. Ich hab jetzt noch was zu trinken hier, Süßen. Ich bin so begeistert von diesen komischen Boxen hier, von den Juice Boxen. Und so. So. I beg layersit'. Dank gut. Ja. Und dun so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gemacht noch mehr rum ihr kleinen nutten bitches oh da kommen viele leute aus dem eck raus rüdiger grüß dich ja kämpft alle was für quickscope die sagen die laufen Ich hab doch nicht die Mengen killen, aber was macht bock dafür? Ja, macht richtig bock, du Nuttensohn. Das macht doch Laune! Ich seh den nicht mehr so richtig hier. Da gab's doch mal einen Lauf, da hat er weniger eure Schussrate. Finde ich, macht dir auch noch mehr Schaden. Okay. Ah, C7, Uli, mach keinen Scheiß. So kommen die nicht vor, oder was? Da muss ich jetzt nicht wieder vorrennen. Ja, Alter, Digga, ey, man ist so schnell tot. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Digga, aber das ist doch nicht normal, Alter. Wo das denn den Headshot ist? Da oben, ich schwab ohne Hände mit der Waffe. Naja. Immerhin. Immer. 18 Kills zum Sniper reicht mir. 18 Kills zum Sniper reicht mir. Hurra, Alter. Genau, der passt dazu. Der kriegt keinen Punkt. Ja, gegen so'n Game. 5 Minuten, 10 Minuten oder so maximal. 5 Minuten, ja. Ja, dann kann ich noch eine Runde machen. Dann kann ich mal drauf an, was du machst, heißt. Oder was kommt. Und dann weiß ich noch den Hintern. Kunnt. Wanna privat pan-arren-la? Guck. Deswegen hearst du alles. pressureset, passt. Order-la zu. Zählen? Ich denke, dass ihr in dernight� fest... Missionen aus der Luft Ich mach bloß noch eine Runde im Markt, dann bin ich erstmal offline. Dann muss ich kurz zum Service mit meiner Frau im Auto und danach bin ich wieder online. Ob ich dann noch Bangerzock oder Metro weiß ich noch nicht. Ich hab nur noch eine Runde, Bro. Verabschieden nix mahlzeit ohne problem grüßt sich ja wir finden jetzt wieder nix neus u Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, 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 oh mit einem scheiß axt jedes mal da ja ist doch gut moses die waffel ist scheiße wo zock ich überhaupt die neue ich bin schon drauf wir kommen nicht aus wenn er mit alter egal vergessen jetzt habe ich ne axt wenn die mein erster kannst du nix machen er gibt die einstattest du dich ab ich die alter den gut die fresse gehauen müssen wir andere granaten packen für den lachen ja man bombe ist eine haftbombe ach so mit dem schild Ich glaube, ich werde beobachtet. Das ist ein schönes Witz, Alter. Der nächste gleich wieder. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Hinter mir sagt er was. Muses P kommt. Muses P, Moody. Ich glaube, ich werde beobachtet. Schleudere eine Haft. Aufklärungsflugzeug bereit. Aufklärungsflugzeug. Unter der Branche. Ich bin festgenagelt. Was sind die denn für Waffen, Digga? Ich hab meinen Hund gerufen. Ey, lass mal mit ner Ruhe. Wir brechen ihnen das Rückgrat. Der Luftschlag steht davor. Ausklärungsflugzeug bereit für den Schluss. Die Map macht die Stranke. Nö, Jo, Bro. Was? Keine Muni mehr, da ist so wenig Muni drin in der Map, Alter, in der Waffe. Dann hab ich erstmal auf der Ende kommen in 10 Minuten wieder im Start. Das war's, Alter. G-Dude. Norbert, GG! Norbert, Norbert. Der spielt auf Gold. Der spielt auf Gold. Der spielt auf Diamant. Ohne Aufsätze. Wir müssen da auch spielen. Tonnen um frei zu spielen. Achso. Mhm. Mati! Ja, ich hab auch nicht. Ich hab geträumt gehabt. Ich hab keinen Punkt. Hab ich doch. Ich hab keinen Punkt, du Hesler, Alter. Halt die Fresse. Ich hab einen scheiß Punkt, Mann. Zeig mir Anerkennung. Zeig mir nicht. Ich zöre Anerkennung, Brudy. So. Hallo. Jetzt haben wir uns heute Abend, ja? Alles klar bis 18 Uhr, die Giechen. Ciao, ciao. Schönen Nachmittag an alle. Video. So, Leute. Ich bin auch erst einmal raus. Wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Bis gleich am Hut. Ich bringe bloß kurzes Auto weg. Ich bin in 10 Minuten wieder ran. Haut rein. Ciao, ciao, guys.